Ein Pfannkuchen lag beim Wecker, war von außen wirklich lecker. Doch haut innen was nicht hin, war Senf statt Marmelade drin, war Senf statt Marmelade drin. Backe, Backe, Tuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben siebenfachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Meer, Safran macht den Kuchen gär, schieb, schieb, schieb in den Ofen rein. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018